Hinteran Katrin Bendixen liegt jetzt schon ein ereignisreiches Jahr. In der jüngsten Let's Dance Staffel schaffte sie es nach einem kurzzeitigen Rauswurf auf den vierten Platz und verfehlten nur knapp das Finale. Punkt Weil Toni war freiwillig ausstieg, konnte die Reiseblogger noch einmal um den Titel Dancing Star kämpfen. Bereits seit längerer Zeit steht fest, dass sie eine der Promis von der diesjährigen Let's Dance Tour sein wird. Tourstart ist hier am 29. Oktober in Riesa. Die vergangenen Wochen reiste Affe auf Bike, wie sie sich auf Social Media nennt, mit Gabriel Kelly durch Vietnam. Punkt Die beiden lernten sich in der RTL-Show kennen und sind gute Freunde geworden. Dort kam es zu einem Unfall. Inzwischen ist sie wieder in Deutschland und ließ sich untersuchen. Nun teilte sie die heftige Diagnose.RTL-Star an Katrin Bendixen veröffentlicht traurige Nachricht. An Katrin Bendixen ließ sich jetzt nach dem dramatischen Zwischenfall in Vietnam in Deutschland untersuchen. Punkt Die Reise ist mittlerweile vorbei. Bin angeregt, schrieb sie vor dem Termin. Schließlich kam die niederschmetternde Diagnose, bin richtig traurig. Mein Kreuzband ist gerissen, ein Bruch im Knochen und das Innenband auch. Sie wolle sich nun kurz Zeit für sich nehmen. Wie es in ihrer Teilnahme bei der Let's Dance Tour steht, ist bisher nicht bekannt. Punkt An Katrin Bendixen und Gabriel Kelly hatten noch während der laufenden Staffel entschieden, dass sie gemeinsam eine längere Reise unternehmen möchten. Punkt Zwischen ihnen sei eine tolle Freundschaft entstanden, betonte die 24-Jährige. Zu dem Zeitpunkt sprach sie noch davon, dass es nach Indien gehen solle. Daraus wurde letztlich Vietnam. Wie es zum Unfall von Affe auf Bike kam, dort bewegten sie sich mit Rollern fort, Eindrücke teilten sie von ihrem Trip auf Social Media. Punkt Mit den steilen Wegen hatten sie mächtig zu kämpfen. So kam es bei An Katrin zu einem bösen Unfall. Punkt Ich bin gestürzt und in mir drin hat die ganze Zeit etwas gezischt, erzählte sie auf Instagram. Eine Kuh sei ihr im Weg gewesen, sodass sie mit dem Bike neben einen Stall rutschte. Sogar bewusstlos wurde sie dabei. So suchten sie auch dort ein Krankenhaus auf, damit an Katrin geholfen werden konnte. Punkt Es hieß, dass ihre Knochen intakt seien, sie würde aber monatelang nicht richtig laufen können. Punkt Ihre Reise brachen die beiden nicht ab. Die Bloggin war allerdings eingeschränkt und auf die Hilfe von Gabriel angewiesen. Punkt Diese Reise hat uns viel gelehrt und keiner von uns würde im Nachhinein irgendetwas anders machen, meinte sie zu einem gemeinsamen Bild von ihnen. Punkt Diese Reise hat uns viel gelehrt und nicht mehr geholfen.